und da sind wir auch schon wieder mit lord of the rings und wir haben besuch die wollen halt nicht dass man ihr fleisch so haben irgendwas hier kann man nichts tun außer den fluch aber komm mal herz zu mir da gibt es was auch ich gebe dir mal das hier nehmen wir wieder auf dankeschön und es kann ja ich wollte die haben die sahen so lecker aus ich habe leider keinen platz hierfür das ist ein buch metall und wieder aufbau oder so ist auch nichts baukunstfoliant aber eigentlich kann ich die hier mal rausschmeißen die ist nämlich kaputt und dann kann ich einen von denen nehmen vielleicht kann ich den ja auch benutzen was ist das angriffsstärke der andere ist ausdauer eigentlich könnte ich ausdauer benutzen wofür kinky den zauberstab der verrückten kann sein dass da wieder nichts ist wird ja nichts angezeigt ne dürfte auch nichts sein außer wieder loot oder so ne ist nix gar nix ist aber ne waffenkammer ne bruder schwester das ist so gefängnis ne sag ich doch wir müssten mal langsam wieder so ein zwischenlager finden oder so finden das holz hier kannst du nicht verprügeln oder so ne ne doch aber kann man es kaputt machen ja dahinter ist aber nix ne sonst wär das ja auf dem netz wäre ja cool wenn das einfach nicht angezeigt werden würde ne hätte ja immer was das ist gut dann wird es nicht dunkel ja man frostet irgendwie auch und ich sehe besser kannst du nicht im dunkeln sehen also ich kann ja auch beim sitzen gucken der vergleich hinkt ein bisschen so wie dein linkes bein oh so charmant ja deine zwerge hinkt ein bisschen und da einfach von oben sonne rein alter ja eklig aber das ist ein diamant oder sowas wo ja oben in einer das glitzert wie ein diamant ach so naja und hier waren ja vorhin schon mal ja hier geht es ja auch zum lager oh langsam war das müde wir haben ja auch schon den ganzen tag und die ganze nacht durch gearbeitet für den min ist das eine abkürzung ja da müssen wir ja jetzt halt lang wir müssen zu den alten minen um zu den anderen minen zu kommen weil wir sonst nicht äh nach äh Shia LaBeouf kommen Shia LaBeouf ja kennst du den nicht das ist der gott der untergrund übergrund minen waren Shia LaBeouf das ist Shia LaBeouf wir reden von Bööf LaBeouf das ist der andere mit der Knussballstange LaBeouf das ist der andere mit der Knussballstange den hammer gehauen alter ich hab den repariert was hast du Angst vor dem pflegenden Oktopusmännchen oder was? ne hab nur so ne starte davon wo ähm so ne kleine für das Puzzle spiel so ne kleine Puzzle spiel weh ich hab den so ne kleine Puzzle spiel äh so ne kleine Puzzle spiel kann ich nicht aufnehmen Getreidemühle gibt es hier. Ich habe leider kein Eisenholz. Hast du noch Platz für Holz? Abkürzung zu den Nümen. Ja, muss doch rein. Ja, ist doch geil. Lass es euch mal lesen. Ja, ja, mmh, Gandalf war hier. Er hat wieder ein bisschen Pott durchgezogen. Guck mal, ich will dein Tragemuli. Geil, ne? Nein, das ist das Elbenviertel. Und hier gibt es doch irgendwo ein Lager zum bauen. Ja, komm erst mal nach hier. Zu meiner Rechten. Ja, ein bisschen zu viel Holz in der Stulle oder so. Ja, hier ist das, glaube ich. Schon recherchiert, oder? Nein. Nein, Langzeitgedächtnis kickt gerade rein. Ah, du bringst den Rucksack, lass direkt losliegen, lass den liegen. Weil da vorne sind nämlich die großen Hesslons direkt. Nimm einen anderen Gegenstand ins Inventar, ein Schwert, ein Schild oder so, dann ist ein Automatschwein. Genau. Bereit für Kloppe? Weil das sind so fette Hesslons. Mein Schwert ist fast dead. Dann gibt's doch keine Reparaturstation. Dann gibt's doch keine Reparaturstation. Die gibt's hier rechts. Oh Mann, mein Leben, ey. So, und wenn ich jetzt richtig informiert bin und das noch weiß, ist rechts von uns so'n Ding. Aber das ist erst mal das da kaputt liegen. Genau, hier müsste das gewesen sein. Ich glaube, hier kann man sich gut einrichten. So hinter uns in dem Gebäude kann man sich gut einrichten. Oh Mann. Ach, kaum. In der Nähe einer Feuerstelle bauen. Ja, der muss erst eine Feuerstelle. Ich hab Kohle. Ich hab keine Kohle. Äh, ja, warte. Ich hab keine Kohle. 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 Willst du meine Kohle haben? Ja. Hier ist kein Slot dafür frei. Ja. Okay. Dann schmeiß ich jetzt was anderes weg. Und dann, äh, kannst du das denn im Gebäude? Ja, bitte alles aufstellen. Warte mal. Ja, hier ist ein Gebäude. Da kann man... Wunderbare. Hier ist alles wunderbar schon vorbereitet im Prinzip. Ich mach's am besten die Feuerstelle. Hier an die Treppe oder so. Dann kann man theoretisch hinter die Feuerstelle in die Lagerkisten machen. Da sind die für jeden verstaut. Also alles was kein Lagerplatz hat. So. Schau mich mal kurz um. Hier ist ja noch so ein kleines Nebengebäude dran. Na gut, das war mal ein Markt oder so. 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 Okay. So. 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 Eisenbahnlager geht's halt auch ein bisschen schwierig. so. 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 weiß jetzt nicht was passiert was war ich habe also ich habe schlafen wir angeklickt so macht das die kleine ok so schade los die konnte jetzt schmerz oder so 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 uns fehlt ein stahlhammer können wir schon mal wie so stahlhammer mäßiger das war okay er kommt ja gespawnt ja so tot nein ich bin halt ganz woanders gestorben weiß mein bett vorhin noch abgebaut wir sehen uns dann ein paar jährchen nein 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 Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.